ja Servus Leute und herzlich willkommen wieder bei Kingdom of the Sky 2 The World Burns Langsamhofer sich hier dran gedacht Ja Langsamhofer sich hier kenn ich den ganzen Titel hier aus wenn nicht weil ich ein Profi bin und wir sind hier noch bei wo sind wir eigentlich gerade wir sind auf dem Weg hier wir sind im Lavafeld ja wir sind im Lavafeld ich brenne übrigens schon weil da jetzt nicht mehr zu zeichen guten Weg oder was ich hab dann irgendwie irgendwie noch keinen Schattenweg von mir da war immer noch ein beschissener Markman Cube und der hat mich dann gleich mal Fett weggehauen der jetzt Dichter auch verfolgt hier Au das war ein bisschen scheiße 100% den guten Weg gibt es nicht anscheinend ne ok ist voll in Ordnung hier what the fuck Alter warum geht da immer noch was hoch alles gleich ist da noch ein Creeper kann ich es mal gleich verziehen sehr schön jetzt mal hier das hört sich immer so an what the fuck wie äh so ein Cobbestone Generator Alter also wenn da Alter der Server spackt gerade derbe Junge nicht unbelieblich bei mir nicht ja bei mir war derbe die ganzen Creeper und so spacken so lahm okay soll man nicht recht sein mann weil ich hab grad echt wenig Leben alles klar Tür zu ich bin sicher ich stehe mir noch ein paar Fackeln auf damit wir ganz sicher sind oh nein nein Alter das ist ja auch so lahm das hier alles klar soll mir auch recht sein gut also hier ist wirklich gar nix mehr ne und hier waren einfach nur diese Potions drin in dem Ding hier ne Per komm wenn komm mal in das andere hin dann können wir paddeln und in der Kiste ist auch noch ein bisschen Zeug wohin denn? auf das andere Ding zu dem anderen zu der anderen Challenge oder was? gegenüber von der Jorte ach da hinten ist noch so ein Ding alles ne wenn du hier kommst dann mach die Tür zu in der Kiste gibt es noch ein bisschen Zeug für dich außer die Saalen da habe ich mein Müll entsorgt aber das die anderen Sachen die kannst du nicht nehmen alles klar das Ding habe ich gar nicht gesehen oh Alter hab ich will nicht leben leck mich doch und mach dann hinter dir mal die Tür zu so alles klar nice ein paar Boots meine Rüstung ist irgendwie draufgegangen irgendwann hab ich eben nicht mitgekriegt wann die draufgegangen ist alles klar ach so nice ist doch ja 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 ich hab so ich hab zu früh geklickt ich hab zu früh geklickt sehr schön okay alles klar hier sitzt ein bisschen Labe durch ist aber kein Ding was hat denn das? feather falling das nehmen wir auf jeden Fall mega geil ich glaub wir müssen hier hinten lang so ich bin mir da ehrlich gesagt ja den Schildern nach immer den Schildern nach Schildern nach war gut ja hui du zieh doch mal ein bisschen weit aus meiner Meinung nach ne da kann man nicht lang da gehts nicht lang waren da irgendwas drin irgendwas gescheites in der Kiste da? ich weiß ja nicht der war halt feather falling und so ist klar ne da kommst du auch nicht weiter da kommst du nicht weit aber du kannst gerne mal versuchen also hier ist auf jeden Fall noch so ein beschissenes also da ist hier eine Kiste mit einem chain havent und einem iron sword also okay ja ja aber so haupt story mäßig ist da auch nichts drin ne ist ein bisschen komisch was ist? hehehe was bringt eigentlich Mark McQueen? nix das kriegst du von dem also jetzt hier nichts im Spiel sonst gibste äh das bringt was für Tränke und so Zeug sollen wir vielleicht auf der anderen Seite nochmal gucken? meinst du bei dem Logikding nicht bei dem Tech äh bei dem Stamm und so sondern bei dem anderen liegen ja ganz genau so ganz drüben ja also mhm okay ja warte mal vielleicht da drüben da hinten könnte auch noch was sein wobei das gar kein Schild oder gar nix weißt du wo ich mein hier ah ne das ist auch alles komplett mit Blava voll wow premium gesprungen hier äh das da wo ich springen bringt nix ich bin faul alter ne ich mein ne also schon komplett ruhig ne man kommt hier nicht weiter da ja ich mein hätt wär komplett zurückgelaufen auf der anderen Seite na ja ich wollte nochmal gucken ob hier nicht noch irgendwas ist weil irgendwie wunderts mich grad dass wir nicht so einen Zettel oder sowas gekriegt haben weißt du wo dann halt irgendwie draufsteht so bla 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 irgendwas komisches wieder was wir dann halt äh wieder am Ende entschlüsselt hätten können haben sein sollen hätten weißt du wir hätten 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 boh ich so faul alter boh 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 bist du schlecht äh du bist grad verreckt in Lava hehehe hatsch und ich konnte nicht mehr springen bis in den reiz äh ich hab gerade voll die orientiert klar das ist klar ich hab noch mal draufgegangen hier ist natürlich mega nervig aber egal ist ja kein Ding ne äh das wundert mich ein bisschen her dass man hat nichts gekriegt haben aber egal fast schon nur echt ein bisschen vielleicht waren wir auch blind ja ne aber ich mein irgendwie deswegen wollte ich noch mal gucken aber ich mein ich hab jetzt noch mal geguckt da war irgendwie halt nix ich hab hier nur die Kiste gesehen aber oh ist grad immer alles klar kein Ding der hat mich da vorhin runter geschickt glaube ich der Heini hier aber es ist ja alles kein Ding hier aber es noch ein Ding für ein King naja klaro ist doch wohl logisch also ich bin ich von keinem YouTuber kopiert oder ich bin so fett auf die Fresse wer sagt kein Ding eh kein Ding für ein Ding ja ne sag mal sag mal wer sagt das ja das Geheimnis schreibt in die Kommentare ne echt ich weiß gar nicht mehr das sagt man aber dann kennst du wahrscheinlich nicht also das müsste hier auch irgendwie noch runterfallen irgendwie ja ja warte 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 ich komm ich bin auf dem Weg chill mal ne Runde hier chill mal ne Runde hier chill mal ne Runde ah da hast du gefunden hier ist auch so ein Gate-Controller ja ne echt wie kommt denn der da hin haha vielleicht weil wir den Hebel umgelegt haben ne willst du mal ziehen ach was kannst du ruhig schon ziehen ich bin da alles klar ist ja kein Ding hier ja hat ach er ja alle da ne jetzt habe ich auch jetzt LTP mich mal bitte nicht dass ich dich gleich hole kann ja dann sag mir welchen Namen ich erst eingeben muss nicht das ich nicht dass ich erst dein dann mein alles klar erst mein dann dein ne so ne erst mein dann dein alles klar wird schon schief gehen er hat gepasst alles klar wo bist du hier lang einfach hier durch alles klar natürlich hast du im ofen nachgeguckt und es klappt jo willst du minecart fahren das klappt nicht das klappt nicht oh hallo hallo ja hallo und da ja mal was gehen ab und gehen bei euch macht ihr party ohne uns der ronimo machen einfach mal fett party ohne ich gerade werdet nennen es glätten wir mögen dich nicht und ich auch nicht alles klar kein ding ohne kiste snacken 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 was geht hier alles klar ich habe keine Ahnung was ich gekriegt habe aber ist ja alles in Ordnung mal gucken mal gucken mal gucken haben wir irgendwas geiles gekriegt hier Wundenswort wo auch komm mal schnell zu mir hier sind bisschen viel vor allem ich habe ein richtig geiles Messer gekriegt hier das mega geil feieraspekt man mega geil brenn ich die einfach alle an hier die Fieger eine Böeber und Böeber und Böeber uns die Sommel und Eure Ringer auf Bayern sollen wir auf Feier ob wir aber was brennen wir wollen wo war ich will was ausprobieren wo bist du in ihr wo so viele scheiß wie hier sind an den ganzen Welt so geil ist und ich dann lässt mich das bringt ein Ben auch einen Schrohr gedöhnt was wenn ich so ich habe einigem Schwert mal vorher mal aufgegaben mit wenn auch irgendwas mit A irgendwas mit A das bringt gar nichts Alter ich gehe hier gerade fett hoch mann ich darf keinen Schuss mehr kann bring mal den Typ um bring den Typ um bring den Typ um Alter Alter wo denn ja wo denn bringt mir erstmal alle um bevor du da weiter guckst warte ich tp mich noch eben da war doch irgendwo ein Bett oder hallo ich hab mich doch tp alles klar spackt bis sie wieder ran rum aber egal so 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 ich bin hier ein Gegner von tp aber die Strecke glaube ich jetzt echt nicht nochmal war ja nicht irgendwo ein Bett oder sowas egal ich hab keine Ahnung ich würde sagen Leute ich stelle mich jetzt mal eben hier schön safe hinter dieses Ding hier und würde sagen das war's mit diesem paar Dankeschön, hoffe ich hat euch gefallen und bevor ich hier noch verrecke tschüss